hallo freunde einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren unboxing des funko pocketbook adventskalenders heute haben wir tag nummer 7 und ich bin gespannt was in den türchen drin ist lasst uns nachschauen in türchen nummer 7 haben wir heute eine figur drin hier persönlich bis jetzt am besten gefällt und zwar haben wir hier wenn drin und auch diese figur wird natürlich hinten in den regalen aufgebaut sobald ich dazu kommen wollen das war's für den funko potenzkalender morgen geht es weiter mit türchen um acht bis dahin wünsche ich alles gute haut drin habt einen schönen tag und oder wir sehen uns gleich beim nächsten unboxing nämlich denn bei get digital freunde bis dahin haut drin ciao ciao